Es ist mir egal, ob ich da bin. Das ist dir egal, oder? Es ist dir nicht egal. Und dir auch. Okay, gut, kein Grund zur Beunruhigung. Wisst ihr warum? Weil der weise und edel Vater stellvertretend für alle da sein wird. Wirklich, wo ist er? Wo ist er? Wenn du ihn siehst, grüß ihn bitte von mir. Schämt euch. Wenn du ihn siehst, grüß ihn auch von mir. Wir können das sofort klären. Jetzt sofort? Wir können das sofort klären. Jetzt sofort? Du forderst deinen alten Herrn heraus. Du denkst, du kannst mich schlagen? Leute. Na komm. Hört auf. Na komm. Das ist die Schuld da, oder? Na los. Na komm. Hast du schon angefangen? Was hast du gesagt? Ich will nur wissen, ob du schon angefangen hast. Und du? Dad wird gewinnen. Auf zu labern. Könnt ihr bitte? Hey, man schlägt seine Schulter nicht. Alles in Ordnung? Alles bestens. Sag mir Bescheid, wenn du anfängst. Geht's dir gut? Sag mir Bescheid. Sag mir Bescheid. Ihr macht den Leuten langsam Angst. Pssst. Hoi, 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 hoi. Liebe ist geduldig. Liebe ist gütig. Liebe ist nicht rücksichtslos. Sie prahlt nicht. Liebe vergisst auch Unrecht. Es war eine harte Zeit, oder? Wie kommst du zurecht? Ich komm schon klar. Es wäre okay, wenn nicht. Ich versuche dir alles beizubringen, um erfolgreich zu sein. Diese Welt ist nicht einfach. Alles, was ich tue, tue ich für euch. Einfach alles. Ich weiß, dass du gerade viel Stress hast, aber... Ich bekomme echt Angst. Es wird alles wieder gut, okay? Das hier ist unser Ding. Sieh dich doch mal an! Was willst du damit sagen? Ich habe immer versucht, diese Familie zusammenzuhalten. Du hast ihn zu sehr gepusht. Gott weiß, dass ich viel zu viel Hass in meinem Leben zugelassen habe. Alles, was wir haben, ist Liebe. Alles, was wir haben, ist jetzt. Ich bin froh, was wir haben, ist jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020